Factile ist eine Online-Spieleplattform, auf der ich Jeopardy-Spiele bauen kann und dann spielen. Ich habe jetzt hier mal einen Mixed Grammar, habe auch schon mal eine Frage beantwortet, die sieht dann ausgegraut aus. Jetzt machen wir mal hier bei Tenses 200, Name the Tense, she saw me at the party up. Ich sehe, dass hier oben eine Zeitrunde läuft, mal 30 Sekunden und ich kann hier mir die Antwort anzeigen lassen. Jetzt wäre es so, dass ich als Lehrer der Spielleiter bin. Ich habe hier vier Teams, die haben auch einen schicken Avatar und am besten würde ich dann noch Buzzer verteilen und unterm Strich dann einfach einer Mannschaft Punkte zuschlagen oder 200 in dem Fall. Oder wenn ich hier klicke, dann wären es 400, weil ich gerade bei der 200-Punkte-Frage war. Wenn wir jetzt weitergehen, dann seht man, die zwei sind ausgegraut. Also Prinzip ist klar. Wenn ich mir hier ein Spiel erstellen möchte, dann ist das ganz einfach. Ich kann einen Spielname eingeben, das wird dann gleichzeitig die URL, dann kann ich die Kategorien benennen und dann kann ich die einzelnen Fragen antippen und einfach Frage und Antwort mir geben. Ich kann auch öffentliche Fact-Dials suchen, was natürlich auch ganz cool ist. Das heißt, man muss sich unbedingt alles selbst erstellen und es gibt allerdings einen kleinen Haken. Man kann in der Umsonst-Version nur drei Spiele anlegen. Ansonsten ist alles kostenpflichtig. Hier ist ein Video-Link zu einem Video, wie man das Ganze mit PowerPoint machen kann, was natürlich eine kostenlose Alternative ist und das kann man auch machen, so oft man will.